ich muss die zwei jetzt erst mal voneinander hoch ich schleich mich an dich ran denn dann weißt du nicht dass du jetzt stirbst ich bin schießen und ich schleich mich an dich ran denn dann hörst du mich nicht und du weißt nicht dass der tod kommt jetzt wenn ich hier ein bisschen rum dass ich schneller wieder da waren zwei typen die machen mir angst aber ich finde es gut dass man die so fokussieren kann dass man trotzdem noch sehen kann die zwei sind ja noch weit genug weg schleich mich wieder an ohne dass er mich hört und jetzt schiffst du code haben auch gekriegt da ist der nächste der wird jetzt auch sterben schleich mich wieder an und jetzt ist tot dann bründe ich dich und bedanke mich jetzt sind es noch drei ok den einen muss ich hier irgendwie rein locken komm her du willst es ich würde dich jetzt so gern abknallen am kopf am besten ja komm her ja komm her komm her du kleiner wichse ich tötte dich jetzt du weißt dass ich hier bin ne du weißt nicht dass ich hier bin komm her noch ein stück hallo jetzt sind es noch zwei der eine ist dahinten schaut der in meine richtung oder schaut der weg fuck neiiiinnn neiiinnn bitte net ich war doch laut los neuuuuu neuuu non ach komm warum bin ich jetzt hier ach komm aber der ist tot verstehe ich nicht warum leben die jetzt nicht mehr also warum sind jetzt wieder immer noch tot egal ok wir müssen doch hoch da wird trotzdem noch wurde es verwirrt mich ich gehe mal da rüber so eine kiste granate ich bin gerade gänzlich verwirrt da war doch irgendwo noch eine klinik es verwirrt mich dieses spiel es verwirrt mich gehen wir da mal wieder hoch ist da unten vielleicht irgendwelche typen noch nö hä da hat doch noch aber einer klinik ab hier ist doch keiner mehr wenn ja oder wenn doch bringt noch eine kiste ich bin alter ohne spaß ich bin nur wenn wen ge brainfuck wo muss ich denn eigentlich hin wo ist denn mein ziel sehe ich das vielleicht auf der map aktuelles ziel ich das muss das boot hier sein da jetzt habe ich doch wieder wen gehört aber wo sollen der sein bitte aber da geht es noch mal höher aber da gibt es auch nur eine kiste kaputte teddybär so jetzt habe ich schon wieder wen gehört ich höre ich höre ständig wehen klettern ja da komme ich aber wieder hoch es ist sehr verwirrt kaputte teddybär und warum wird mir das ziel nicht angezeigt jetzt habe ich eine spritze missbraucht scheiße ich sehe hier vielleicht noch wer da ist auch wieder was rotes hier